Ich glaube nicht, dass es eine sehr erfolgreiche Islampartei oder Zuwandererpartei geben wird, weil die selbst alle zerstritten sind. Aber was es geben könnte, und das findet schon statt, dass Zuwanderer und auch Moslem in verschiedene Parteien gehen und dort das Klima verändern. Man hat das gesehen in Wales, da hat die ÖVP plötzlich eine Kopftuchdame aufgestellt gehabt. Vor einigen Jahren hat die FPÖ in Salzburg dann sogar eine türkische Migrantin aufgestellt gehabt, die dann auf Türkisch-Wahlwerbung SMS verschickt hat. Bei der SPÖ in Wien ist das sowieso gang und gäbe. Es werden alle normalen Parteien unter Anführungszeichen dazu gezwungen, diese große Wählergruppe an Zuwanderern zu erschließen. Und dann muss sich das ganze Land, die ganzen Parteien auch nach diesen Interessen ausrichten, um attraktiv für diese Wähler zu werden. Und da wird es dann spannend. Da wird es dann spannend, definitiv. Wohlgemerkt, jetzt machen sie noch einen Prozentansatz von 25 Prozent aus. Wer weiß, wie es in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 30 Jahren aussieht. Ganz kurz, das würde mich auch noch interessieren, 30 Jahre. Glaubst du auch, wie Florian, dass es eher schneller gehen wird? Ja, wie gesagt, es ist in einigen Regionen mehr oder weniger abgeschlossen. Und am Land wird es vielleicht nach und nach nachrücken. Es wird die Möglichkeit geben für Menschen, die besser verdienen, dass sich die davor schützen, von den negativen Auswirkungen bei uns hier der Migration. Die ziehen in bessere Viertel und bekommen nur ein Kind. Das geht auf die Privatschule. Die fahren dann, wie ich es in Frankfurt gesehen habe, aus dem Wohnhaus, aus der Tiefgarage raus, in die nächste Tiefgarage zum Büro rein. Die bekommen das alles nur am Rande mit. Und ansonsten sehe ich da schwarz, wenn wir jetzt nicht endlich anfangen zu handeln. Und was heißt Handeln? Das heißt auf keinen Fall irgendwie gewalttätig oder verrückt zu werden, weil unsere Fremde sind nicht die Migranten, die ins Land gelockt werden, sondern jene Kräfte, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die gibt es, die kann man auch benennen, die eben ständig die Zuwanderung predigen. Und was können wir dann also machen? Wir müssen aufhören, dass wir Migration als etwas Positives sehen. Das ist ganz, ganz, ganz im überwiegenden Bereich für alle Beteiligten, außer die, die Geld verdienen, etwas sehr, sehr Negatives. Da müssen wir aufhören, dass wir die anderen als moralischen Instanzen da irgendwie auch nur akzeptieren. Das Zweite ist, glaube ich, dass jeder von uns zu den Parteien gehen muss, die ihn selbst am nächsten stehen und da ganz klare Worte und dann auch klare Handlungen einfordert. Unser Boot ist voll, die Grenzen müssen dicht gemacht werden und wirklich dicht. Das heißt Pushbacks, nicht hereinkommen und dann entscheiden, sondern an der Grenze zurückweisen. Erst dann hört dieser wahnsinnige Kreislauf der Migration endlich auf. Und da kann man eben beispielsweise bei der FPÖ, wenn sich jemand für Zuwanderung ausspricht, um den Fachkräftemangel irgendwie herzuwerden, dann muss man halt dort sagen, wir wählen euch nicht mehr. Und bei der MFG, da wird es wahrscheinlich auch viele Zuseher geben, die jetzt zusehen, dort einmal sagen, wie steht ihr eigentlich zum Thema Einwanderung? Eine Frage, die sich meiner Meinung nach alle Parteien stellen müssen und alle Parteimitglieder, so wie alle Menschen in ganz Österreich, das muss man ganz klar sagen. Unterstreichst du diese Haltung? Müssen diese Maßnahmen ergriffen werden, damit diesem Austausch hier sozusagen entgegengewirkt wird? Das wäre auf jeden Fall einmal ein vernünftiger Ansatz, der eine Mehrheit bräuchte, was halt sehr schwierig ist. Schauen wir mal, wann die nächsten Wahlen sind, vielleicht noch in diesem Jahr. Vielleicht hält der Schwarz-Grün durch. Was auf jeden Fall nicht reicht, und das möchte ich ja auch noch anmerken, es gibt halt eine Partei, die sich als sehr migrationskritisch gebärdet immer, aber in Wahrheit reduziert sich ihre Politik darauf, speziell jetzt in Oberösterreich, dass man einmal kurz vor der Wahl Ausländer rausschreit. Das ist mir persönlich zu wenig und zu primitiv. Und das ist sicherlich nicht die Politik, die wir brauchen. Also muss man da wirklich alle Probleme, so wie wir sie heute besprochen haben, von vorne bis hinten anschauen und sinnvolle Lösungen finden. Und eben dichte Grenze, Pushback ist sicherlich einmal eine Idee. Ob das jetzt unsere Grenze sein muss oder die Außengrenze der EU sein sollte, wie es eigentlich gesetzlich geregelt ist, ist ja die nächste Frage. Wir sind ja immer als Österreicher die braven Diener der Obrigkeit. Jeder kniet sich nieder und sagt, ja bitte gib uns, wir machen. Ich bin Vollmitglied der EU und muss auch verlangen können, Freunde, wir haben einen Vertrag, und in dem Vertrag steht, die Außengrenzen werden geschützt. Und das kann zum Beispiel auch ein Teil einer erfolgreichen Politik sein, dass ich einmal der EU die Rute ins Fenster stelle und sage, Freunde, ich habe es auch ein bisschen eine Bringschuld. Wo ist Frontex? Vielleicht noch etwas Positives zum Abschluss. Man hat schon einmal gesehen, dass da ein Umdenken stattfindet, wie die FPÖ in der Regierung war, wie der Innenminister Herbert Kickl geheißen hat. Da hat nämlich auf der europäischen Ebene, war der Herbert Kickl dann, wenn man den Erzählungen Glauben schenkt, der, der auf europäischer Ebene gesagt hat, Moment, wir wollen das aber nicht. Und plötzlich war die Schweigespirale durchbrochen. Und die Leute aus Ungarn, aus Polen, aus Tschechien haben dann auch gesagt, Ja, wir wollen das auch nicht. Und da gilt es eben, internationale Allianzen oder zumindest auf der EU-Ebene Allianzen zu schmieden, dass man der verrückten deutschen Bundesrepublik etwas entgegensetzen kann. Das kann gut funktionieren. Anfangen müssen wir in unserem eigenen Land und aus meiner Sicht bei unseren eigenen Politikern. Wenn man da mit einer Position eines Politikers, seiner nahestehenden Partei nicht zufrieden ist, dann muss man ihm das sagen. Nicht umsonst hat Sebastian Kurz dann einmal sehr stark auf das Migrationsthema gesetzt. Das war halt immer rechts blinken und links abbiegen. Aber das liegt eben an den ÖVP-Wählern, dass man die stark an der Leine halten muss und sagen, entweder so oder wir wählen wieder die Blauen. Und wenn die Blauen das nicht umsetzen, dann wählt man halt die nächste Partei. Und ich glaube, das darf man den Politikern ruhig auch immer wieder in der Öffentlichkeit sagen, handeln so, wie wir wollen, sonst seid ihr weg. Und dann müssen die das auf EU-Ebene umsetzen und da gibt es Allianzen.